und ein herzliches willkommen zurück zum vorletzten kampf war bei einer kleinen aufnahmsession hier vom 14 mai 2022 bei pokémon technik auf nintendo switch und wir haben gruppe d4 aus frankreich boah schuhe wenn wenn ruhe wenn ruhe oder so mit dem bunnen ok schau mal ok okay oh man manchmal klappt es manchmal klappt es einfach sehr gut für mich nicht immer auch manchmal ja 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 ok 20 wunderbar sehr schön wieder ein sieg war der vorletzte kampf heute mal schauen der letzte kommt gleich ich weiß erst morgen weil ich habe auch schon zwei stunden wer weiß auf jeden fall fürs zuschauen und ein abo und ja bis zum nächsten mal oder auch nicht auch zu meinen anderen let's place viel spaß auf meinem kanal und auf youtube generell bis dann